Weiter geht's mit Yoshi's Island und dem Crazy Zocker. Ja, Leute, ne? Die 100% vergessen wir ja vorher erst. So war das geplant. Ich würde schon gerne so ein paar Punkte einsammeln. Wenn ich so ein paar rote Minzen sehe, dann versuche ich die auch zu kriegen. Oh! Oh! Alles klar? Junge, du bist überhaupt nicht verrückt. Oh! Blum, 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 blum. Wahrscheinlich wären jetzt schon wieder drei Minuten rum, wenn ich hier bis jetzt alles gesammelt hätte. Weil Yoshi's Island ist ja... ...kantlich eins der Schwestern Spiele mit 100%. Das ist für mich auf jeden Fall. Vielleicht hat er sich einfach nur Noob, ähm... Yoshi's... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Genau. Ooooooo! 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 Aber solang's... ...wenn's genug Sternkreise gibt, dann ist es gar nicht so schlimm. Ooooooo! Ooooooo! Würde ich mal sagen. Ooooooo! 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 Da unten ran. Gar nicht mehr oder was. Nein, ich möchte es nicht, mit Skander unten durchzugehen. Nicht, dass es nicht geht und dass ich dann tot bin und wäre dann nicht so schön. Ah, okay, hier geht's. Okay, Fragezeichen. Ja, mhm. Ich bin das langweilig. Und zwar der. Oh, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Okay. Ach, jetzt ist es weg, okay. Jetzt hört sich irgendwie so an wie Zelda da. Anfang von diesen Dings, dieses Vorhin Ocarina of Time oder Wind Waker. Dass man irgendwas Besonderes findet. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hey, ihr seid krank. Aua. Ja, nee, ich muss auch noch wegkommen hier, bitte. Nein. Ganz schnell durch. Wie ich, dass ich dann zu langsam bin. Oh, Mist. Komm, 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 komm. Nein! Ja, das war klar, oder was? Wieso war mir das denn so klar jetzt? Okay. Hm, okay. Versuchen wir es noch mal und zwar ganz freudig und... Hui. So ist es ein Schade-Hebby, machen wir das jetzt mal. Wir können uns aber nicht immer in... Scheiße reinreiten, Entschuldigung. Oh, achso, der kommt ganz bis hier. Ja, schön. Okay, wenn ich jetzt nochmal getroffen hätte, möchte ich zu langsam. ...de-fi-ni-ti-v. So. Wie der die einfach alle wegfetzt mit seinen Bomben, ist schon ein bisschen brutal. Nein! Egal, komm. Ich hätte ja sowieso sonst warten müssen, deswegen ist es eigentlich egal, oder? So. Oh! Da ist ja der... ...Yoshi! Okay, gut. Gut. Ich werde den Tag aufnehmen. Aha! Äh... Okay. Ich bin grad wieder ein bisschen gestört. ... 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 Die sammeln wir jetzt einfach mal alle nicht, die sind sonst jetzt mal voll egal. Oh, okay, zwei Blumen reichen mir vollkommen. Das war das erste Level dieser perfekten Aufnahme. So schlecht waren wir gar nicht, bis auf zwei Blumen. 65 ist vollkommen in Ordnung. Oh, 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 oh. Ja, ne, ne. Na, komm. Ja, ja, ne. Ist gut. Ich brauche mich jetzt echt nicht. Ja, nee. Warte mal. Ja, das ist blöd. Warte, wir lassen uns jetzt mal... Oh, die Sternenpunkte auffüllen, wollte ich sagen. Aber wir müssen wahrscheinlich uns doch beeilen, etwas. Da sind die spaßigen Freunde wieder. Ja, 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 ja. Es überholt sich irgendwie ein bisschen, kann das sein? Kann das irgendwie ein bisschen hinkommen? Oh, Blume. Laben. Okay. Was befindet sich hier drin? Sternenpunkte, oder? Ja, ich hab's doch geahnt. Ich hab's gerochen. Müsst ihr euch andauernd wiederholen? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja wohl nicht nötig. Jetzt haben sich hier andauernd mit den Passagen wiederholt. Das wird nämlich auf Dauer schon etwas langweilig. Okay. Das ist eine normale Münze. Das hätte ich irgendwie mit meinem Auge erkennen können. Was ich nicht getan habe. Das Level dürfte bald vorbei sein, oder? Ich mein, das war doch jetzt schon eine Weile. Ich hab zwar wenige Schätze und so, aber das Level hat eine Weile gedauert. Ach, naja, wobei. Okay. Oh, war das schwer. Die Pfeiler haben uns gar nicht geholfen. Aber das hätten selber auswinden können. Oh, wofür war das Loch wohl eben gerade? Wie komm ich da vorbei? Das ist mir etwas zu schwer. Wie soll denn das richtig funktionieren? Ich pass doch da gar nicht mit dem durch. Durch den Klan. Ups. Da, da, da. Oh, Eier. Gut. Ich habe nur zwei. Ich hatte wirklich nur zwei, aber lol. Okay. Ähm. Ach so, okay. Das war jetzt Kindergarten-Rätsel gerade. Auf höchstem Niveau habe ich vergessen. Hm. Können wir das mal lassen, bitte? Danke. Ich mag jetzt nicht von Schleimdingern gestalkt werden. Ja. Ja! Ja, ja! Genau so hätten wir es gern. Ach, das ist lustig jetzt. Lass mich raten, das hat jetzt auch wieder ewig hinausgezogen, oder? Weil das einfach zu programmieren war oder so, was weiß ich. Wobei, so lange hat es jetzt auch nicht gedauert, okay. Ist mir noch irgendein Secret? Ich habe wirklich richtig viel eingesammelt. Irgendwie merke ich das gerade so. Aber jetzt kommt der Boss, oder? Oh, 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 oh. Ah, meine Zunge ist stärker als deine. Oh, oh, das war knapp. Okay. Wir kommen zum Endgegner dieses Castles. Und das ist Berg, oder wie der hieß, oder Björn, ich weiß nicht. So. Bisher hast du dich tapfer geschlagen, aber jetzt würde es für dich besser sein, wenn du gleich aufgibst, Berg. Berg wird dich sonst zum Frühstück vernaschen. Und wir schon fast halb sieben haben. Das interessiert nicht. Hm? Ups. Äh, hallo? Hallo? Ähm. Das ist jetzt deine Magensäure, oder wat? Ah, wartet mal. Ja, ich weiß es schon. Der Cock-offen-Maker hat mal gemeint, wieso isst du nicht die großen Shy-Guys? Das sind die besten Eier im Spiel. Hätte ich das jetzt nicht... Ja, wobei, dann hätte ich es jetzt spätestens selber herausgefunden. Ja, toll. Ist weniger fordernd, irgendwie. Passiert da nochmal irgendwas? Oh, der Magen wird... Nein! Ich dachte, jetzt kriege ich meine schönen 30 Sternen-Punkte hier. Hallo? So. Ach, egal. Der Boss ist aber eigentlich kein Problem. Ja, komm, das ist... Das ist lame, das hier über 10 Stunden herauszuziehen. Ich find's ja neu irgendwie. Okay. Oh, okay, Disco-Magen. Ich glaub, der ist gerade ein bisschen Disco-Fieber und hat ein bisschen Alkohol gesoffen. Und war das nicht so... Oh, der hat uns ausgeschissen. Das ist widerlich. Oh, der schießt auch irgendwie... Wenn die immer wieder in den Level vorkommt. Ich drehe am Rad. Oh, ja, das mach ich gern. Und die bewerfen mich mit Tankerland aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das macht kein Spaß, da drumherum zu werden. Und ihr fällt nichts mehr ein, was ich singen könnt. Und oh, ja, jetzt geht's richtig ab. Und ich kann hier ja die Blumen reinwerfen. Aber lieber die Gegner, weil das geht mit denen leichter und so. Tada. Hallo, lasst mich in Ruhe, ihr eiskalten Gangster. Nein, jetzt hab ich ihn gefressen. Oh, bin ich doof. Moment. Wow. Das. Okay, vergessen wir es einfach. Das ist nichts gewesen. Und wow, der hat gerade gut als Trompolin gedient. Das ist gut. Das macht richtig fun. Ach ja, ich wollte mal aufhören zu singen, weil das stört, glaube ich, ein paar Zuschauer. Außerdem werden sie dann schwanger, wenn sie weiblich sind. Und das will ich auch nicht. Wow. Wow. Ach so, ich dachte, wenn ihr jetzt nur diese Kleine hat von mir. Okay. Nein. Wow. Das war jetzt aber voll knapp. Oh, Labyrinth oder was? Kommt jetzt. Oh, das ist ein schweres Rätsel. Was muss ich hier bloß tun? Ich hab keine Ahnung. Das Rätsel ist mir zu schwer. Definitiv. Tja, wenn ich reintreffe, ist es wirklich zu schwer. Hallo, kannst du da mal reintreffen, bitte? Ja, okay. Ah, wir sind weg. Ah, warte mal. Warte mal. Ah, ich hab das Rätsel. Das war wirklich ein Rätsel irgendwie. Hallo? Nein, ich hab den eins zu tief gestampft. Okay, ich krieg den Duma nicht mehr. Ich bin echt ein Held, oder? Also irgendwie, manchmal denke ich mir echt... Was würde die Welt bloß ohne... ...ich tun? Sie wär sehr glücklich, glaub ich. Oh, was geht denn jetzt hier schon wieder? Okay. Komm bitte runter. Dankeschön. Ich hab ihn runtergeholt. Wie ihr mich im Allfall down machen wollt. Ich wollte nur, dass ich vor meinem Zuschauerbild dastehe. Blödsch, hi guys. Ich sprühe mal eben kurz. Wow, ich dachte schon, er kommt jetzt hier rauf und würde mich total totbumsen. Und was soll das denn jetzt hier? Hallo? Jetzt werde ich schon wieder ausgelacht vor dem Bildschirm. Hinter dem Bildschirm, wie auch immer. Was weiß ich. Gar nichts. So, da oben hoch jetzt, oder was? Ah, ich komme nicht mehr in das Secret, falls das Secret überhaupt da oben war. Ich denke mal. Ich bin einfach zu blöd für sowas. Okay. Oh, was wollt ihr denn jetzt? Das ist schon wieder. Oh, und dann zu zählen. Und die da keine Mainz wegen den 100% haben, die kommen noch. Deswegen steht es auch im Titel. Oh, 29 Punkte. Boah, bin ich gut. Gottlike. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Dann machen wir hier 3, 6, 3, 7 und vielleicht haben wir noch 3, 8. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.